Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschler und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir unter Quests und an Shadowlands finden. Und zwar Sonnenschirm segeln, schimpft sich das. Und für dieses müssen wir eine World-Quest segelndes Sonnenschirm insgesamt 10 mal abschließen. Und dadurch gibt es dann auch noch ein schickes Toy, und zwar verwitterter Violetter Sonnenschirm. Und das wollen wir jetzt mal fertig machen. Ich bin bei 9 von 10. Die World-Quest ist gerade wieder ab, und wo die ist, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar sind wir hier in Revendreth auf den Koordinaten 57, 55. Das ist hier oben auf den Mauern. Und zwar müsst ihr nicht hier unten rumlaufen, sondern ihr müsst hier oben rum. Und dann gibt es hier so eine kleine Baute, die nach außen geht. Und dort können wir einen Sonnenschirm aufsammeln. Dann müssen wir irgendwo hier rüber mit dem Sonnenschirm fliegen. Und das müssen wir 10 mal machen. Und wenn ihr das Thema gemacht habt, dann seid ihr an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Und könnt quasi das Achievement einheimsten, beziehungsweise das Toy. So, wir nehmen den Sonnenschirm, setzen den ein und müssen hier in dieses Anima reinfliegen. Und ihr solltet das auch immer erwischen, nicht so wie ich gerade. Weil sonst, ja, ist unten euer Balken weg und dann kommt ihr nicht mehr weiter. Und das wollt ihr ja nicht. So, jetzt versuchen wir mal einen Ticken weiter. Ich fliege hier immer so ein bisschen rum, dass ich immer schön den Balken hier oben oder unten aufgefüllt habe. So, jetzt nehmen wir die Kugel noch mit. Oder auch nicht. Schaffen wir es? Ah! Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt verkackt habe. Ne, hat funktioniert. Wunderbar. Hänge ich da irgendwie in dem Viech drin? Ich glaube, das wollte mich retten, das Viech. Aber irgendwie... Ah, wir werden wieder hochgeportet. Aber ich habe trotzdem die Weltquests abgeschlossen. Habe auch das Achievement bekommen. Uh, das war sogar auch noch ein Transmog. Die Waffe, was ich hier gekriegt habe. Gut, Achievement haben wir. Und zwar müsste es jetzt hier sein, genau. Sonnenschirmsegel insgesamt 10 mal müsste das abschließen. Übrigens, es gibt in Revendreth auch noch eine andere Weltquest, wo ihr auch 10 mal abschließen müsst. Und zwar, ähm, hier eine, die hier oben startet. Also, da könnt ihr auch mal ein bisschen noch Ausschau halten. Ich brauche die aber noch insgesamt viermal. Also, da müssen wir dann noch ein bisschen gucken. Zusätzlich habe ich jetzt noch ein Toy bekommen. Anscheinend habe ich es direkt gelernt, oder? Jetzt müssen wir mal gucken, wo das gute Stück ist. Ähm, haben wir das bekommen? Es sieht irgendwie nicht so aus. Ich muss mal nochmal ins Achievement schauen, wie heißt denn das Toy? Weil ich habe es, glaube ich, soweit ich sehe, nicht im Inventar. Ähm, das heißt Verwitterter. Können wir uns vielleicht noch angucken. Verwitterter. Okay, da ist es. Wahrscheinlich habe ich es per Post. Ah, okay, wir kriegen es per Post. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze dann in einem gesonderten Toy Guide ein. Für das Achievement Guide Video soll es das erstmal gewesen sein. Wenn euch dann noch interessiert, wie das Toy ausschaut, da bastle ich mit einer anderen Videoserie nochmal so ein kleines Video. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Achievement Guide wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.